Hallo, willkommen auf der Karriere-Polli. Hier findest du den Einstieg in deine Karriere? Ein Job, der mir gefällt, der meine Werte vertritt und wo ich auch ein Unternehmen, wo ich mich wohlfühle, das möchte ich hier finden. Wir haben uns für die Teilnehmer bei der Career Calling entschieden, weil es ein sehr hochwertiges Format ist. Wir möchten unsere Firma ein bisschen bekannter machen auf dem österreichischen Markt. Live, direkt und unkompliziert. Das ist Österreichs größte Karriere-Messe für Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften. Hier auf der Career Calling bieten meine Kolleginnen und Kollegen Fachvorträge an zum Thema Berufseinstieg. Das war heute Morgen Networking, aber auch zum Thema Vorstellungsgespräch. Und natürlich sind wir auch hier am Stand, immer für Fragen da, einfach auf uns zukommen und dann freuen wir uns. Die Career Calling ist eine sehr, sehr große Karriere-Messe. Wir haben heuer 142 Arbeitsgeber hier, die auf der Suche nach jungen Studierenden und Absolventen sind. Das Besondere heuer ist freilich, dass wir über 800 Stellenangebote hier haben. Ein Novum heuer ist unsere Speed Networking Area, wo sich Studierende schon im Vorfeld bewerben konnten und die heute wirklich schon konkrete Interviewgespräche mit den Arbeitsgebern hier vor Ort haben. Und wir freuen uns natürlich dann zu hören, dass fixe Stellen schon besetzt worden sind. Ich finde, das ist ein sehr gutes Format, um Unternehmen kennenzulernen, auch auf einer persönlichen Ebene. Und man kann Eindruck hinterlassen in diesen acht oder zehn Minuten. Und Sie haben dann schon mal den Lebenslauf und dann melden Sie sich hoffentlich. Ja, ich glaube, am Zustrom sieht man schon an der Schlange. Die Kandidaten stellen sich an, sie haben die Möglichkeit, bei uns am Stand an den Auditions teilzunehmen. Das heißt, man kennt die Auditions vielleicht aus dem Fernsehen, von Deutschland sucht den Superstar. Wir haben Karriere-Auditions, das heißt, bei uns haben die Kandidaten die Möglichkeit, am Ende eines Pitches mit einem Job nach Hause zu gehen. Positiv, ich habe eine Wildcard bekommen, ein verkürzter Bewerbungsprozess. Darüber freue ich mich sehr. Und jetzt hoffe ich, dass ich zum Schluss endlich den Job ergattere bzw. bekomme. Aber grundsätzlich hat es sich jedes Mal ausgezahlt und ich würde es wieder machen. Ich kann jedem dazu raten. Mit der Career Calling sind Studierende und Absolventinnen und Absolventen in jedem Fall auf der Überholspur.